Dieses Cat Car hier ist etwas ganz Besonderes, denn dieses Cat Car kann lenken, obwohl es gar keine Lenkstange hat. Ein ganz ungewöhnliches Fahrzeug. Und ungewöhnlich ist auch das Fahrzeug, das in unserem Gewinnspielpreis enthalten ist, mit dieser mobilen Alien-Abwehranlage. Ob man mit der allerdings tatsächlich Außerirdische fernhalten kann, ich weiß es nicht, aber ihr könnt es mit ein bisschen Glück bald ausprobieren. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine Frage, diesmal, wie heißt der Schussroboter der Universität Stuttgart? Die richtige Antwort tragt ihr auf unserer Tech-TV-Gewinnspielseite ein. Und gesponsert hat uns diesen Preis die Firma Lego. Ja, das war es auch schon wieder von Tech-TV. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß in der Welt der Technik. Macht's gut. Tschüss. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Tschüss. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Tschüss. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Tschüss.